und unseren komischen der ist einfach komisch ja ich spiele noch mit Maus und so das nervt glaubt ein bisschen du bist wach und frei okay ich will dich totmachen du weiss, Ding da such mal nach einer Tür wir haben ein Hackprogramm geknackt das Schiff weiß, dass du frei bist oh nein, wie schlimm ich möchte euch gerne mal kurz totmachen wenn ich denn mal dürfte hallo Brainiac Wächter, ich will dich mal totmachen Dankeschön ich truppe mich hinter dieser Tür, oh wie schlimm jetzt krieg ich vor Respekt ist hier noch jemand ich weiß das nicht oh ja hier hinten noch was ich weiß nicht wie kann man das Ding aktivieren weil ich spiele ja nun mal mit mit Umschalt weicht man aus Umschalt weicht man aber nur aus ha, wie geht denn das jetzt nun das ist jetzt ja blöd da muss ich mal kurz gucken Q dann gut ist es nicht R aber dieses schnelle Rennen das schnelle Rennen muss man noch irgendwie können ne so auch nicht, ich mach erstmal die Typen fertig ich muss mal gucken ich wollte mal am Kumpel der heute hier ist, wollte ich nur so ein LPT machen online das ist ja zum Glück und alle Leute die da sind und das Game auch zocken können einfach mal mitmachen ach jetzt weiß ich wo das ist F F ist das Tsss Sack und auf die Richtung Oh mein Gott wie schlimm Hilfe ja danke da ich will dich tot machen, komm her, komm her du Scheißteil wenn ich mir dürfte, wenn ich mir dürfte oh dankeschön das haut schon auch nicht rein, das haut schon auch nicht rein, das haut schon auch nicht rein tot ist er das war ein Aufseher das war ein Aufseher ne, wirklich? such nach einer Transportröhre über dir hm, ich glaub das ist die da komisch, wie komm ich da nur drauf je, ich bin jetzt Stufe 2 gut, dann müssen wir gleich mal gucken Ups, nein, das, das wollen wir doch gar nicht, wir wollen nicht spielen ich bin noch nicht so, weil ich bin das nicht gewohnt mit Maus und Zitzschule ach, auf Kass, das ist gut das ist nicht länger in den Hauptkorridoren durchsucht das Schiff so, hier haben wir die Eigenschaften ich fordertube 10, oh manu, 10, 16 blöd ne, ich muss mir helfen bin zu dumm dafür ach da, jetzt, jetzt hab ich's glaub ich jeden Tag, ja, guten Tag so, das benutzen wir erstmal ach, auf Verteidigung Moment, wo haben wir's, wo haben wir's, wo haben wir's, wo haben wir's hä, ach da Hände ich weiß ja gar nichts ja, komm, wir K ah, ja, stimmt, Kräfte Pyrogenetik okay, danke, 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 danke danke schön nein, erstmal gucken, was das bewirkt senkt die Körperthermeratur rapide und fügt Feinden, die in der Nähe sind, Schaden zu reflektiert einen Teil des Schadens zurück auf deine Feinde wenn sie dich angreifen ah ja, gut gut, Stürme füllt Feinde in der Nähe ein und zieht sie du dir hm, das ist doch gar nicht schlecht machen wir das ja, krass Dankeschön so, und wie machen wir das Ganze jetzt? ich weiß meine oh, cool, wieder neue Sachen bekommen ich glaube, wir gucken erstmal, was das so bewirkt bei uns anschaffen stimmt, das war ja im Inventar ja, nochmals guten Tag Schultern haben wir das? Hemd, Hose, Ring, Hä? hm, bin ich jetzt irgendwie gerade dumm oder so? da, Schultern ach, das ist die Brust oh, schick was hat uns das gebracht? 24 Verteidigungen, wow gut, denn für ein Händler und Soda-Cola das bringt's doch schon mal das ist besser als gar nichts Patrouillen in die Hä? was hat der Nisse gesagt? das gesamte Schiff ist mit Brainiac verbunden du musst in Bewegung bleiben okay, dann bleibe ich mal in Bewegung das mach dich bereit das Schiff schickt dir weitere Sicherheitskräfte auf den Hals ah, das ist das coole jup, dankeschön ach, eins war diese coole Spezialattacke das ist gut, dann weiß ich das jetzt auch oh, da ist noch einer lass mich los, du Scheißteil mach doch auch nicht speed das Teil geht nicht kaputt aber das Ding geht kaputt ach nee, da muss man E halten E halten ich halte E ach, das kann man irgendwo hinschmeißen das ist ja auch sehr schön oh, ja, dann schmeißt das vielleicht mal dahin äh, ich möchte euch nicht haben ich möchte das mal wieder loswerden ach gut, geht doch haha, danke nein, WTF, WTF, WTF ihr müsst echt mal tot gehen das ist ein Unterjocher das ist ein Unterjocher Bewegung in den Korridoren geortet halt den Menschen auf tot, 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 tot geht kaputt, ihr blöden Dingernchen da, blöd vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk geh hin und benutze die Transporter oh, WTF, WTF oh ja, dankeschön Nick macht immer die Special-Sachen bei mir oh, ich freue mich, wenn ich endlich einen Xbox-Controller habe oder wenn nix überhaupt mal funktionieren würde oder wollen wir den gleich sims holen ich meine, wir haben noch ordentlich Zeit bis halb fünf ja, wir sind keine Pro-Gamer und zocken die Nacht durch wir machen das anders aber wir müssen erstmal das Ding hier durchkriegen damit wir überhaupt speichern können aber ich denke, danach holen wir den Xbox-Controller das geht nämlich viel einfacher dann nein, ne ja, dankeschön Geronimo nee, F war das so, wo haben wir es denn? da haben wir es was ist das? ach, das ist auch wieder so ein Ding und da, geh weg, du scheiß Teil geh weg, du scheiß Teil so wo seid ihr denn alle blöden hier, blöden Typen okay, halten E Müllentsorgung heia da fällt ein bisschen Müll runter und sind ja die tot warum nicht? soll mir recht sein, ne die Typen sind nämlich blöd oh manno ich will aber gar nicht durch ah, da kann man auch durch Geronimo nick genau, dankeschön dass du das sehr schön für mich machst Bruder, geh tot, geh tot, geh tot hey, komm her du scheiß Unterjocher es bockt sich auf jeden Fall das Game zu zocken für den letzten Test würde es denke ich nicht reichen, weil ich denke das macht einfach so viel Spaß das Game, dass man das am liebsten gleich ist bereit das Schiff schickt dir weitere Sicherheitskräfte auf den Hals oh, wie schlimm jetzt kriege ich aber richtig Angst dankeschön oh, cool sind wir schon sicher? Waffen, super Tempo Fertigkeiten Waffen, Waffen weithändig können wir hier schon was machen? oh ja das haben wir schon was ist zwischen denen? Blockbrecher anfällig für unterbrechen Hals du fernangriff gedrückt wird dein flachen flächenschaden Rückstoß gehalten und freigesetzt ach Gott rechts halten nick sagt schon so nix jo Daumen nach oben favorisieren liken und auf ja klicken dann nehmen wir das doch mal ihr denkt jetzt vielleicht auch schon wieder so oh man da haben das ist so nett falsch muss das anderes nehmen es ist meine beziehungsweise die Erscheinung meines Freundes weil ich mich da drin so null auskenne falsche Richtung was in die Richtung die richtige Richtung ah, ich glaube nein hä? bin ich jetzt wie blöd? hä? ah, da längs stimmt oben rechts ist ja die Karte stimmt dann weiß ich jetzt im Glück Doppelwuch oh 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 diese Energiesignale Brainiac hat eine komplette Invasionstruppe auf diesem Schiff wir müssen es zerstören ja klar alle mal auf einen Schlag sind ja auch nicht gut oder so sind ja alle voll schlecht oh, scheiße geweckt scheiß Teil betäubt, betäubt, betäubt scheiß ich bin betäubt ach, drücke Shift ach gut man muss dann Shift drücken ja, auf der Tastatur ist das ein bisschen geh kaputt du scheiß Ding geh kaputt zerstören ach, Treff oh wow dann, 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 dann geh kaputt dankeschön dass du sehr gut kaputt gesungen wirst ich mag dich nicht so, ich muss nach hier gehen und dann lauern auch schon wieder böse, 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 böse wir schauen auf diesem Schiff erhöht sich ständig ne, du weißt, was du tun musst ja let's play together praktisch let's play together bloß mit vier Händen auf einer Tastatur Dankeschön no, au, au, das tut so weh das tut so weh kann ich zerstören okay